Die Ortsfolger Tittinghausen, Riede und Blender sind hier zu einem schweren Verkehrsunfall letztendlich in Tittinghausen alarmiert worden. Aufgrund einer unklaren Ortsbeschreibung des Unfalls, es wurde einfach nur gemeldet, dass der Unfall sich zwischen Riede und Tittinghausen befinden sollte, mussten wir dann noch ein wenig suchen, haben das dann aber recht schnell koordiniert gekriegt und sind dann hier an der Unfallstelle eingetroffen und fanden hier einen Pkw auf dem Dach liegend an einem Straßenbaum, teils von einem Lkw eingeklemmt, vor. Die Berufsfeuer Bremen haben wir hier mit einem Rüstzug, insbesondere wegen dem Kran, alarmieren lassen, da es mit unseren Mitteln nicht möglich ist, hier den Lkw von diesem Unfallfahrzeug zu entfernen. Glücklicherweise ist dieser Lkw leer, das heißt also keine Fracht in dem Auflieger, sodass es doch etwas einfacher ist, als wenn jetzt hier auch noch die 20-Tonnen-Ladung hätten von Hand zum Beispiel ausgeladen werden müssen. Und somit versuchen wir jetzt hier durch den Kran eine einfache Bergung durchzuführen. Ja, wir sind mit gut 70 Kräften hier jetzt vor Ort. Wie lange der Einsatz noch dauert, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie schnell das hier jetzt weitergeht, den Lkw hier von der Unfallstelle sozusagen wegzubekommen. Dann werden wir den Pkw bergen und dann bleibt uns leider nur noch die traurige Aufgabe, hier den tödlich verunglückten Fahrer aus dem Wrack zu schneiden. Ja, sicherlich ist das kein alltäglicher Verkehrsunfall. Gerade hier im ländlichen Raum kommt es halt oft zu Unfällen mit Baum, also Pkw gegen Baum. Aber dass dann ein Lkw beteiligt ist und dass dieser dann eben geborgen werden muss, das ist doch durchaus schon eine seltene Einsatzlage. Ja, wir haben auch noch die Drehleiter der Stadt Achim dann hier an die Einsatzstelle gerufen, um einige Äste sicher entfernen zu können von dem Straßenbaum, damit der Kran hier eben zum Einsatz kommen kann, da hier sonst die Bergung weitaus schwieriger gewesen wäre. Es wurden noch weitere Teile der beteiligten Fahrzeuge gesucht und da haben wir natürlich dann dem Sachverständigen bzw. der Polizei geholfen. Ja, wir haben auch noch die Drehleiter der Drehleiter der Drehleiter der Drehleiterung.